Guten Tag! Hallo, guten Tag. Bräuchten Sie Hilfe? Ja, ich bräuchte bitte frische Bananen. Einen Moment, ich komme zu Ihnen. So, Sie haben Glück. Gerade ist eine neue Bestellung von Bananen angekommen. Oh, das ist aber toll. Ja. So, einmal gehe ich hier. Ah, Ihnen ist eine Erdbeere runtergefahren. Oh, danke, dass Sie es mir sagen. Hebe ich später auf. Kommen Sie mit mir zur Kasse. Ja, ich komme. Bräuchten Sie noch was? Nein, danke, ich brauche nichts mehr. Einen Moment, ich gebe Ihnen einen Hocker. Oh, danke, das ist aber wirklich sehr nett. So, einmal Bananen, 2.30 Uhr bitte. Ja, bitteschön. Hände, holen Sie, erschießen. Entschuldigung, das, was Sie machen, ist kriminell. Wenn es mehrere Menschen auf der Welt machen, besteht die Welt nur aus Kriminellen. Bitte verlassen Sie sofort meinen Laden. Okay, sorry, es tut mir leid, ich lasse ihn wieder machen. Okay, so, geben Sie mir bitte das Geld. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schönen Tag noch. Danke. Impuls. Danke. Angela! 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 Vielen Dank.